Ich bin froh, hier mit euch zu sein und es ist sehr angenehm, dass wir uns in einem Ort befinden, wo so ein guter Lobpreis ist, und es nähert uns zu der Zeit, wenn wir bei ihm sein werden. Und es ist ein wichtiger Fakt, dass wir wissen, dass er uns liebt und das Beste für uns vorbereitet hat. Und wenn wir ihn anbeten, dann erhalten wir diese Freude und Glück, in dem wir stehen müssen. Ich möchte mich bei allen bedanken, die für uns gebetet haben. Wir haben eine Wohnung gefunden. Wir haben sechs Monate nach ihr gesucht. Man sagt, das ist noch wenig Zeit. Aber wenn du am Suchen bist, dann denkst du, kommt dir das nicht wenig vor. Und wenn du in keinen so bequemen Umständen lebst, dann denkst du jeden Tag, wann endlich. Es gab 52 Absagen. Und wir haben über 50 Wohnungsbesichtigungen gemacht. Und nur einmal haben wir eine positive Antwort bekommen. Deswegen bin ich heute sehr glücklich. Gott sei Dank. Wir sind jetzt umgezogen. Das war ein bisschen kompliziert, aber das ist etwas Positives. Und Gott hat noch ein Wunder geschaffen. Wir haben uns gestern da gemeldet. Ihr wisst, in Berlin ist die Schlange sehr lang. Und man hat uns einen Termin für März gegeben. Und plötzlich gab es für gestern dann einen Termin für uns. Gott hört uns. Nicht nur mich, sondern auch euch, weil wir gemeinsam gebetet haben. Alleluia. Ja, знаете, wenn du mit Freude erfüllt bist, ist es einfacher zu predigen. Weil du dann begreifst, was die Freude vom Herrn ist. Und ich verstehe David, wenn er sagt, er ist froh, wenn er in das Haus Gottes kommt. Und ich weiß, es ist sehr wichtig, dass wir uns freuen. Und lange Zeit durfte man in den Gemeinden nicht lächeln. Weil man dachte, die Gemeinde ist ein Platz, wo man sehr streng und seriös sein soll. Ernst. Und dann kam die Zeit, wo die Menschen verstanden, dass man an den Gemeinden auch seine Emotionen Ausdruck verleihen durfte. Und das war im 19. Jahrhundert. Und das war im 19. Jahrhundert. Und das ist sehr wichtig, wenn wir vor dem Herrn unsere Emotionen auch offenbaren oder öffnen. Und stellt euch mal David vor, er kommt in eine Gemeinde und die Leute lächeln dort nicht. Und ich erinnere mich, in der Sowjetunion, wir hatten eine Schulversammlung. Wir hatten Krawatten. Ah, Pionier-Krawatten. Und mein Freund und ich fingen an zu lachen. Dann kam die Lehrerin zu uns und hat gesagt, Pioniere lächeln nicht. Aber wir sind gläubig und wir sollen lächeln. Und wir sind gläubig und sollen den Herrn ehren. Wir sollen das in unserem Leben anbinden. Gott sei Dank. Und wir leben jetzt in einer besonderen Zeit. Und die Menschen haben immer mehr Freizeit. Und sie wissen nicht wohin mit der Zeit. Warum? Weil sie haben Internet. Und viele arbeiten von zu Hause. Sie müssen nicht um sechs Uhr schon aufstehen, um zur Arbeit zu gehen. Und fast alle haben zu Hause ein Geschäft. Und so haben die Menschen mehr Freizeit. Und das Problem besteht jetzt darin, wohin mit der Freizeit. Und sie verlieren die Orientierung. Also wohin damit? Und die Gelehrten versuchen herauszufinden, warum die Menschen viel spielen. Sie verbringen viel Zeit mit Spielen. Vor allem junge Leute. Und man kam zu einem traurigen Ergebnis. Die meisten Leute haben kein Ziel im Leben. Sie haben einen Wunsch. Aber kein Ziel. Die meisten Leute lieben es, nachzudenken. Aber sie wissen nicht, wie man da hinzukommt. Und das Zweite war, dass die Leute keine Verantwortung für ihr Leben nehmen. Sie wollen, dass andere für sie Entscheidungen treffen. Und es gibt welche, die denken, dass 93% von der Erdbevölkerung keine Idee haben über ihr Leben. Und diese 93% der Menschen, die keinen Plan haben, vertrauen 7% der Menschen, die sie irgendwo hinführen. Und das andere Problem ist, dass diese 7%, die diese 93% irgendwo hinführen, nicht wissen, dass sie auch ihr Ziel nicht kennen. Also es kommt dann so raus, dass die Blinden die Blinden führen. Und das ist ein Problem. Und das ist ein Problem. Ein Problem, dass die Leute in gewisse Umstände geraten. Und sie wissen nicht, was weiterkommt und wohin sie gehen sollen und Rat suchen sollen. Und heute lesen wir über Ruth. Das ist ein besonderes Buch. Es befindet sich in einer besonderen Reihe. Einzigartig. Eine nicht-jüdische Frau. Und über sie ist ein ganzes Buch geschrieben. Und das zweite, was sehr interessant ist an dieser Buch. Das Buch beginnt mit dem Ende. Und als man überlegt hat, ob man das Buch in den Kanon mit aufnehmen soll oder nicht. Wenn man aus der historischen Sicht auf das Buch kommt, dann ist es nicht besonders interessant. Die Geschichte über eine einfache Familie. Aber wenn man das Ende des Buches ansieht, dann ist es, dass Ruth in der Königlichen Lidie von König David ist. Und wenn man noch weiter guckt, das Wort von Jesus Christus. Also aus der historischen Sicht, wenn das jetzt ein Mensch entschieden hätte, der nicht gläubig ist, ist in die Linie von König David gekommen. Von einer Seite ist es ein Fehler. Aber Gott selbst hat das Buch geschrieben. Und ich weiß, er kann aus Fehlern manchmal sehr große Siege machen. Und das dritte sehr wichtige in diesem Buch. Sie zeigt, wie die Gemeinde sein soll. Die Gemeinde soll aus Juden und Nicht-Juden bestehen. Das ganze Buch ist mit diesen Beziehungen gefüllt. Und noch eine einzigartige Sache. In diesem Buch ist das gewöhnliche Leben von gewöhnlichen Menschen beschrieben. Wie sie gelebt haben, wie sie angebetet haben. Und auch hier ist wichtig, das Buch beginnt mit einem Fehler. Was für einen Fehler hat die Familie begangen? Sie lebten in Bethlehem, im Haus des Brotes. Lass uns gucken. Es werden wir schauen. Er registerben. Er ist eine Übersch harmomb Hadi. Versоля 1 und 2. Er los, als sie Betria bet cellphoneigen, leises talks. Und das geschah in den Tagen, als die Richter regierten, da entstand eine Hungersnot im Land. Damals zog ein Mann aus Bethlehem in Judah fort, um sich im Gebiet von Moab niederzulassen, samt seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Und der Name dieses Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Naemi. Seine beiden Söhne aber hießen Machlon und Kilion. Sie waren Ephraimiter aus Bethlehem in Judah. Und sie kamen in das Gebiet von Moab und lebten dort. Das erste Problem, was wir hier sehen, war Hungersnot. Wisst ihr, Hungersnot in Israel ist ein Problem von Sünde. In den Zeiten von Ruth und den Richtern, das heißt, dass Gott nicht gnädig Israele gegenüber war. Wозможно, das war nicht ein Fehler dieser Familie. Aber es war ein Fehler des Systemes. Von den Priestern, irgendwer hat gesündigt. Und so gab es Hungersnot. Und Hungersnot, das ist eine schwere Frage. Der Hungersnot, ich würde sogar sagen, Hungersnot bringt irgendeinen Progress oder Fortschritt. Wenn ein Mensch hungrig ist, beginnt er etwas zu tun. Wenn er satt ist, dann braucht er nichts. Aber wenn er Hunger hat, dann fängt er an nachzudenken. Er fängt nachzudenken, warum ist das in meinem Leben passiert. Was wird weiter mit mir sein? Und das gibt dem Menschen die Möglichkeit, zu Gott zurückzukehren. Aber der Fehler von der Familie Elimelech, war, dass sie Gott nicht gefragt haben. Sie sind einfach gegangen. Sie haben gehört, dass... Там есть хлеб. In Moab ist es besser, da gibt es Brot. Там все лучше. Da gibt es nur das Beste. Pойдем, там поживем. Kommen, wir gehen und leben dort. Пережivем голод. Wir werden die Hungersnot so überleben. Und wenn ein Mensch die Hungersnot erlebt hat, dann bleibt in ihm immer so ein Gefühl des Hungers. Meine Mutter hat zweimal die Hungersnot erlebt. Sie hat einmal im Jahr 1933 in der Ukraine und während des Krieges hat sie einen schlimmen Hunger erlebt. Sie hat zwar gegessen, aber das Gefühl des Hungers blieb immer in ihr. Sie hat auch Brot mit Kartoffeln gegessen. Hier sagt man, dass alle das so gemacht haben. Aber er sagt, die, die Hunger erlebt haben, denen wird immer irgendwas fehlen. Und hier in dieser Familie ist auch so ein ähnliches Problem. Sie sind auf den moabitischen Feldern. Und trotzdem fühlen sie sich irgendwie einsam. Und es kam dann eine ernsthafte Situation. Sie dachten, in Moab wird es gut sein. Umar und zwei Söhne Es sind aber dann die zwei Söhne von Naomi gestorben. Und der Mann. Und das Ziel dieses Buches ist zu zeigen, wie jemand wieder zu Gott umkehrt, nach Hause umkehrt. Es gab einen Fehler. Aber sie hat dann sich entschlossen, wieder zurückzugehen. Wisst ihr, woran man einen starken oder schwachen Menschen erkennen kann? Wie schnell er von einem Verlust wieder aufrecht kommt. Oder sich wieder erholt. Nicht darin, wie sehr er bereit ist, Schwierigkeiten zu begegnen. Oder wie schnell. Oder wenn er in Schwierigkeiten ist, dass er schnell irgendwelche Entscheidungen treffen kann. Sondern es zeigt sich eher darin, was tust du nach den Schwierigkeiten, wie schnell stehst du wieder auf. Und hier wird dann erzählt, dass Naomi mit den zwei ihr Bräuten wieder zurückkehrt. Zadается ein logischer вопрос. Что связывает diese drei Frauen? Und man stellt sich die Frage, was verbindet diese drei Frauen? Какая у них связь, если мужья у них всех умерли? Was haben sie für eine Verbindung, wenn die Männer alle gestorben sind? Und ihre Schwiegertöchter, sie sind beide keine Juden. Sie sind aus einem anderen Volk. Aber sie haben gerade einen Verlust erlitten. Naomi hat ihren Mann verloren und die zwei Schwiegertöchter haben auch ihre Männer verloren. Ihr wisst, ihr Schmerz ist der beste Gerade-Macher? Er verbindet Leute am besten. Na, dass Naomi in die Kinder investiert und das war jetzt verloren. Und diese zwei Töchter, die haben geglaubt, sie werden gute Familien haben. Und dieser Wunsch ist verloren gegangen. Und diese drei Frauen hat der Schmerz zusammengefügt. Der Schmerz des Verlustes und der Schmerz von nicht in Erfüllung gegangener Hoffnungen. Der Schmerz, dass sie einmal eine Familie waren. Und, знаете, manchmal verbindet einen dieser Schmerz. Und Naimi sagt zu den Schwiegertöchtern, Vers 11 und 12 Aber Naimi sprach Kehrt um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Trage ich denn noch Söhne in meinem Schoß, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und geht heim, denn ich bin zu alt, um noch einen Mann zu heiraten. Und wenn ich auch spreche, es ist zu hoffen, dass ich schon diese Nacht einen Mann bekomme und sogar Söhne gebäre. Wollt ihr deshalb warten, bis sie groß geworden sind? Und sie sagt, und sie sagt, Und Naimi sagt weiter, dass sie in ihr Land zurückkehrt, weil sie gehört hat, dass Gott das Land besucht hat. Das ist ein Bild für das Evangelium. Jemand hat Naimi die gute Botschaft gebracht, dass in deinem Land alles gut ist und du musst zurückkehren. Du musst wieder in dein Haus zurückkehren, wo Gott dich segnen wird. Die Menschen müssen immer die gute Botschaft hören, dass man sie liebt, dass man sie segnet und es ist sehr wichtig, dass man ihnen vergibt. Und ein Mensch kann sich nicht bekehren, bevor er die gute Botschaft gehört hat. Ich war einmal draußen und habe das Evangelium weitergegeben. Und als ich Traktate verteilt habe, kam ein Mensch zu mir. Man hat ihm angesehen, dass er nicht so froh war, mich hier zu sehen. und dass ich diese Traktate verteilt habe und was ich erzählt habe, das hat ihm nicht gefallen. Und er hat erzählt, er war einmal gläubig, aber dann war er enttäuscht in Gott. Und dann hat er sich gefragt, warum machst du das? Du ärgerst mich damit. Und in dem Moment habe ich eine große Liebe zu diesem Menschen verspürt. Ich habe ihm zugehört. Und ich habe ihm leise mit einem Lächeln gesagt, weißt du, Gott wartet auf dich. deine Fehler, die du gemacht hast, 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 deine Grähe, die Gott möchte, Gott will beinahe Beleidigungen oder deine Sünden. Gott möchte es vergeben. Lass uns einfach zusammen beten. Und er sagte, ich will nicht. Und dann habe ich ihn gebeten und habe einfach angefangen, für ihn zu beten. Also er war dann einverstanden damit. Und als ich gebetet habe und beendet habe, war er am Weinen. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe verstanden. Ich möchte wieder in die Gemeinde zurückkehren. Ich habe einfach nur gebetet, dass Gott ihm seine Liebe offenbart. Dass er auf ihn wartet. Das waren einfache Worte. Aber wisst ihr, Worte verändern Herzen. Worte ändern Umstände. Und es ist nicht umsonst gesagt, dass dein Wort, das ist auf deiner Zunge, Gottes Wort ist auf unserer Zunge. Hier ist die Geschichte auch die Geschichte. Und hier in dieser Geschichte passiert das Gleiche. Jemand ist gekommen mit einem Ziel und hat erzählt, dass in Israel der Herr ist. Du kannst zurückkehren. Und dieses ganze Buch ist erfüllt mit der Rückkehr nach Hause. Sie hat die richtige Entscheidung getroffen. Sie ist nach Hause zurückgekehrt. Die zwei Schwiegertöchter, sie waren wahrscheinlich nahe Leute für sie. Aber eine von ihnen sagte, ich versuche, zu ihren Eltern zurückzukehren. Aber einer hat sich dann entschieden, zu ihren Eltern zurückzukehren. Es gibt Menschen, die können nicht mit uns sein. sie haben entschieden, ohne uns zu leben. Aber manchmal wir, bei seiner Plotie, bei seiner Priorität, wie wir ihn ausführen, warum er aus mir ausführen. Und manchmal sagen wir nach unserem eigenen Fleisch, wie können wir ihn hier behalten oder aufhalten. Dieser Mensch hat sich entschieden, ohne dich zu leben. Und dann geht es ihm damit besser. Ne unterfass ihn nicht fest. Ne versuchte ihn nicht fest. Frage nicht, warum, wofür, weswegen. Deine Geschichte mit diesem Menschen ist schon beendet. Du musst deine Beziehung mit denen bauen, die mit dir sind. die dich unterstützen. Die bereit sind, mit dir Beziehung zu bauen. Ne переживай, die dich stehen lassen haben. Sie haben ihre eigene Geschichte. Arbeit mit dir selbst. Und was noch interessant ist in Kapitel 2, Vers 2, Und sie hat gesagt, Ruf, meine Wittinke, Naemi, ich gehe auf das Feld und werde ich mit dem Kolosser nach dem, dem ich zu finden, der Beziehung zu finden. Aber die Moabiterin sprach zu Naemi, lass mich doch aufs Feld hinausgehen und Eden auflesen, bei dem, in dessen Augen ich Gnade finde. Hier steht, dass ich Gnade finde. Sieht ihr, hier ist gesagt, Gnade. Was ist Gnade? Gnade. Was ist Gnade? Wenn wir Psalm öffnen, 146, 146, ist im Deutschen, 147, 11. 147, Vers 11, Gnade. Gnade. Сказаны такие слова. Bлаговолит Господь к боящимся Его и уповающим на милость Его. Also Psalm 147, Vers 11. Der Herr hat gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade hoffen. Und dieses Wort Bлаговолит ist es Gnade? Richtig? Das hat im Hebräischen noch eine weitgehendere Bedeutung. Сказаны быть благосклонным, принимать благосклонным. Was ist благосклонным? Gefallen, Gunst? Okay. Gefallen oder Gunst? Да. Это значит, что Бог расположен к тем, кто послушен Ему. Und das heißt, dass Gott denen gegenüber an denen gefallen hat, die ihm geräuschen. Кто открыт к нему. Die offen für ihn sind. Vers 11. 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 In Hebräer 11. Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. То есть благоволение отличается от Божьей Любви. Also gefallen unterscheidet sich von Gottes Liebe. Gott любит всех. Gott liebt alle. Но благоволит он только тем, кто к нему обращается, die sich zu ihm kehren, die ihm vertrauen, die ihm gehorchen. Основа еврейской веры это послушание. Всегда есть разница между еврейским учением веры и греческим обучением веры. Вера по-еврейски это послушание. Веря по-еврейски это послушание. Это очень важный вопрос нашего отношения с ним. Это очень важный вопрос нашей Безуси к Herrn. Но здесь также сказано о том, что благоволит Господь. И здесь genauso gesagt, что это связано с сверхъестественным проявлением его. Что сверхъестественно он помогает. В этой книжке содержится очень интересный секрет. Если при глубоком изучении мы видим этот секрет. Когда видим глубокое изучение. А. Wenn мы это wirklich estudим, мы это sehen, это Geheimис. Рут приходит на конец поля. Рут приходит к этому полю. Она приходит туда, чтобы собирать колоси. И приходит туда, чтобы как-то прокормиться. Она собирает эти колоси. Она пытается прокормить свою семью. И versucht, ihre Familie damit zu ernähren. думает о том, что будет дальше с ней. И denkt нах, что будет дальше с ней. Для нее это самое вопрос жизни и смерти. Для нее вопрос жизни и смерти. Убрет она голодной смерти. А. Es geht hier um ihr Leben, ob sie überleben wird или нет. И должна собирать колоси, которые упали. И для нас далека смерть она собрала эти колосики. Это хорошо. Представьте себе, сколько человек ходил по полю и собирал эти колосики. stellt euch vor, wie viele Menschen gegangen sind и эти Эры на их сомнете были одной из многих. Во-вторых, женицы, которые собирали пшеницу, они были грубые. они отгоняли, люди и было не важно, кто перед ними. И она начинала это с поля, с конца поля. она начинала это с поля, Писание не говорит о ее жизни, о что там происходило внутри. О чем она мечтала? Но у нее была конкретная поставленная задача. Но она была конкретная Aufgabe. Жить. 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 Для нее это было очень важно. Это было для ее очень важным. Если мы посмотрим дальше в этой книге, сказано, что для нее она не знала свое призвание. Могла ли подумать женщина, которая начала с краю поля, которая потеряла мужа, что она будет в родословии Давида. Что она будет в родословии Мессии. могла она подумать об этом? Могла она мечтать об этом? Конечно нет. Но у Бога было благоволение к этой женщине. Он ее не просто привел на поля, край поля. Но он благословил ее, она не думала, что это поле будет принадлежать ей. Понимаете? Она стала женой человека, владеющего этого поля. И стала хозяйкой этого поля. Понимаете, в чем секрет этой книги? Когда мы живем бесцельной жизнью, мы не знаем, для чего мы живем, наши биологические желания не восполняются. Но у нас есть еще и Бог, который дает призвание нам. дает у нас интересная связь между Рут и Наэми. И это интересно, важно иметь хороших друзей. Чемпион мира по бегу, он слепой, и Джон Браун, который блinder ляуфер, он чемпион мира по паралимпийски, знаете, в виде спорта. Паралимпийски. Ну, слепой. Асо ди бенда, не? Олимпийски спиле, genau. Дэвид Браун, он говорит, что как важно ему слушать, то, что ему говорят, когда он бежит. 200 метров, то Дорожка имеет искривление. И он не видит, куда он бежит. И как важно ему в это время услышать голос поводыря. И это очень важно для его слышать, что он литит. И если бы он не слышал, он бы давно вылетел. И наши друзья, иногда хорошие наши друзья, бывают вот этими добрыми поводырями. И wenn мы gute Freunde им, то, что он просит. И наиме говорит, иди к нему. И наиме говорит, иди к нему. Адейся красиво. И сделай то, что он просит тебя. Знаете, когда есть хорошие друзья, не расставайтесь с ними. Поддерживайте с ними отношения. И иногда мы не слышим, что нам говорят. Но когда есть друзья, которые молятся за тебя, благословляют тебя, но если ты родные бетят и segнят, то происходит важное в нашей жизни. Они направляют нас на исполнение Божьего призвания. Они richtят нас дохи, чтобы Бога беруфов для нас излибить. Это очень важно, что благоволение пришло в неожиданный момент. И это важно, что это Гот gefallen hat, что это не ожидало ничего. И Бог благословил ее. Когда у нас есть цель в жизни, когда мы знаем свое призвание, тогда Бог благословляет нас. Тогда нам нужна Божья поддержка, правда? А когда мы не знаем свое призвание, а когда у нас нет своей цели в жизни, то зачем нам Божье благословение? Нам ничего не надо в этой жизни. Поэтому Бог говорит, что Он благословит тех, кто поклоняется Ему. И Бог sagt deshalb, я segну тех, 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 искать. Это очень важно. Многие люди тратят много денег, чтобы научиться петь. очень важно, что Бог segнет. Это очень важно, что Бог дает нам дары. Но не всегда честное. Не всегда это правильно. Кто платит много денег, чтобы запеть красиво. А кто раз открыл рот и начал петь. И покоряет Сцены. потому что Благоволение содержится в его дарах. Он дает тем людям Благоволение свое, дары свои, чтобы мы преисполнили свое призвание. Пусть Господь вас всех благословит. мюга Бог всех segнет. И если вы не знаете свое призвание, молитесь. Чтобы Господь открыл вам. Второе, не покидайте место благословения своего. И третье, помните, что Бог благ. Он желает, чтобы вы были благословлены. Поэтому Писание говорит, что он Сына своего Единородного не пожалел. Он умер за наши грехи, чтобы дать нам дары, чтобы дать нам исцеление. И самое главное, написано в Слове его, что все мы блуждали как овцы. И каждый обратился на свою дорогу. И каждый был на свой дорогу. И Сын Божий освободил нас от бесцелленной жизни. И Сын Бог Аминь. Аминь. Vielen Dank.